Hallo, herzlich willkommen. Neues Video, neue Geschichte. Was habe ich mir letztens überlegt? Ganz einfach. Menschen in der Pflege haben einen Job, der sehr anspruchsvoll ist, auch sehr belastend. Menschen im Security-Bereich auch. Das sind jetzt so zwei Menschen, die mich zur gleichen Zeit gefragt haben, was kann man da tun? Das ist wirklich schwierig in dieser Branche. Wenn man zwei Jahre arbeitet, hat man die Möglichkeit, ein Jahr Arbeitslosengeld I als Versicherungsleistung zu erhalten. Das bedeutet, sollte es der Fall sein, dass du zum Beispiel in der Pflege tätig bist, kannst du zwei Jahre arbeiten, ein Jahr arbeitslos sein. Es kann gut passieren, dass du dann gekündigt wirst und dann, ja, Arbeitslosengeld I, das ist ja eine Versicherungsleistung, erhältst, vielleicht sogar aufstockst und in dieser Zeit schaust, schaust, wie es weitergeht. Ein ganzes Jahr ist das möglich, bis man erst im Hartz-IV-Amt ist und dann kann es sehr gut möglich sein, dass du nach genau einem Jahr, ich meine, Menschen im Bereich der Pflege brauchen sich fast gar nicht bewerben, also die werden ja überall gesucht, dass du dann vielleicht bei dem gleichen oder bei einem anderen Arbeitgeber wieder anfängst, gestärkt, erholt, gut gelaunt, hochmotiviert und arbeitest. Das Ganze geht auch ein Jahr lang. Du kannst ein Jahr arbeiten, sechs Monate Arbeitslosengeld I beziehen. Dann wieder ein Jahr arbeiten, sechs Monate Arbeitslosengeld I beziehen. Ich fand diesen Gedanken sehr kreativ. Ja, auch sehr legal. Moralisch wollen wir das Ganze jetzt heute mal nicht bewerten. Das machen wir im Livestream der philosophischer Natur. Aber der Pflegeperson, der Mitarbeiter, der könnte es dadurch besser gehen. Heute mal so ganz spontan an euch beiden, euch ist das Video gewidmet. Ich habe gestern Abend darüber philosophiert und fand den Gedanken ganz gut. Die Feinheiten müssen wir nochmal natürlich raussuchen. Wie alt, wie lange, Probezeit, dies, das und so weiter. Aber so im Großen und Ganzen, ein Jahr arbeiten, sechs Monate, Arbeitslosengeld I Anspruch. Sofort ab dem Tag wieder irgendwo eine Arbeit finden, als Pfleger sehr einfach. Ein Jahr, wieder alt dabei. Darf jeder für sich selbst entscheiden. Das sind natürlich die Extremwerte. Kann man auch vergrößern. Man muss nicht die vollen sechs Monate ausnutzen. Auch drei Monate kann es mal sein, dass man arbeitslos ist. Ganz entspannt durchs Leben gehen. Also, ich wünsche allen anderen alles Gute, liebe Pfleger. Danke, dass ihr da seid und passt auf euch auf. Euer Paul. Auf euch. Auf euch. Schausgung.